Ja, Hallöchen, ich bin hier im Passajertal im Fünfsterne Hotel Andreas im Entspannungstempel. Ja, hier haben wir Manuela. Manuela, was machen Sie Schönes? Hallo, wir werden jetzt eine Meditation machen. Meditation, das Wort kommt aus dem lateinischen Meditare und bedeutet in seine Mitte gehen, nach innen schauen und zu vollkommen. Dazu setzen wir uns ganz entspannt hin. Man kann die Meditation im Ding machen, das einfacher für den Anfänger ist. Oder auch gerne im Sitzen auf seinem Sitzkissen. Wichtig ist die Haltung. Einfach am Rand des Sitzkissen hinsitzen, somit das Becken nach vorne lutscht, man ganz eine entspannte Position hat. Rücken ist entspannt, auch die Schultern fallen locker nach unten. Wir können die Handflächen auf die Oberschenkel gehen. Das Kinn geht ein bisschen Richtung Busbein, sodass wir eine leichte Spannung im Nacken haben und die Energie gut von oben nach unten fließen kann. Wir schließen die Augen, um mit unserer Aufmerksamkeit ganz nach innen zu gehen. Wir machen ganz bewusst unsere tiefe Atemzüge, atmen über die Nase ein, lassen den Atemstrom ganz nach unten fließen in den Bauchraum und atmen über Mund oder Nase wieder aus. Und wir spüren, wie sich beim Einatmen unsere Bauchdecke hebt und beim Ausatmen wieder sendet. Das Atem fließt ohne Anstellung, ganz nach unserem eigenen Leben. Wir atmen so bewusst wie möglich, nehmen uns Zeit, unsere Lungen zu füllen und erkennen, Atmen ist ein Geschenk. Atmen bedeutet Leben empfangen. Und wenn ich mag, spreche ich mit meiner inneren Glocke.